Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Ich hatte ja am Ende der letzten Folge gesagt, ich überlege mir in der Zwischenzeit mal wie wir das mit den Nebenquests machen. Ich würde sagen, nach dieser Folge werde ich einfach den ein oder anderen Livestream machen, in denen ich nur Nebenquests abarbeite. Und ich denke, das ist ganz praktisch, dann können wir die Quests für Kolonie 6 machen, die Quests für Kolonie 9 und so dann die versteckten Talente freischalten. Heute werde ich erstmal weiter spielen, ganz normal. Und wir haben jetzt folgendes vor. Der einzige Weg zum Haupt des Bionys führt über die steinernden Schwestern in Satorl, eine Ruine der Zivilisation der Hochentier. Wir haben in der letzten Folge alle Steine zusammengesucht. Die wir brauchen. Und jetzt müssen wir die hier einsetzen. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal den Gegner besiegen. War ja auch klar. Ah, und Immun gegen Schwanken ist er auch noch. Das ist ja super. Na gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir ihn so runterkriegen, den Satorl Wächter. Nach wie vor alle Gruppenmitglieder Level 25. Gerade keine Aura. Ah, Angrosskette geht. Sehr gut. Na, versuchen wir es mal jetzt so. Nach wie vor Immun gegen Schwanken. Schade. Und Ryan kann gar nicht schwanken. Dann nehmen wir hier die Schwertramme. Das ist ein sehr starker Angriff. Orkanschneide. Leider nur eine Angriffskettenverlängerung. Da ist die Harmonie leider noch nicht gut genug. Oha. Das hat jetzt, äh... Und jetzt ist er Level 29. Mist, ey. Und ich bin down. Eikaramba. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Giftstich Ultra 3. Schulk. Go. Schild. Okay. Jetzt kommt nochmal eine Vision. Tornado Trea. Eine Spezialattacke. Also Ätherangriff. Nicht gut. Gar nicht gut. Gut. Ich wüsste nicht. Das... Nee. Das funktioniert einfach nicht. Verdammt. Beide down. Und jetzt sterb ich auch noch. Mann. Und jetzt hat er mir meinen Todesblüten-Tanz gekillt. Okay. Down. Verdammt. Das war so knapp. Genau in dem Moment, wo ich den Todesblüten-Tanz angesetzt habe, ähm, hat der wieder seinen Angriff da gestartet. Das war echt nicht gut. Probieren wir es einfach nochmal. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es zu schaffen ist. Aura ist aus. Ich muss die Gruppenleiste vollkriegen. Und dann muss ich full auf Damage. Ei, 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 ei. Gift. Komm, bitte. Einmal die Angriffskette voll. Dann ist er down. Ich wette mit euch. Wenn ich die Angriffskette vollkriege. Ne. Toll. Krieg ich nicht mehr voll. Ich krieg jetzt bestimmt keine Angriffskettenverlängerung. Naja. Eine. Toll. Noch eine. Krass. Jetzt muss er nur noch down gehen. Krass. Das war jetzt so knapp. Oha. Ich hätte jetzt nicht, echt nicht erwartet, dass ich das noch schaffe. Aber geil. Nice. Mit Level 25. Okidoki. Dann. Wollen wir mal. Ab nach oben. Abgesperrt. Aber was ist mit dem... Was ist denn damit? And another way? You don't mean climb up there. We may have to. Come on. You can't be serious. What's someone build a lift that don't work? No complaining. Let's start looking for a place we can climb up. Lässt sich leider nichts machen. Dann müssen wir klettern. Ähm... Jetzt müssen wir nur gucken. Scheint versiegelt zu sein. Also... Der Aufzug ist versiegelt. Toll. Naja. Dann klettern wir mal hoch. Da sind auch schon Ranken, an denen wir hochklettern können. Die sehen mittlerweile auch... Wesentlich detailreicher aus, als damals noch. Hier kommt... Ah, nein. Ja, sehr gut. Allelu. So, Dämmerungswürfel. Auch hier... Wenn man hochläuft... Dann gibt es recht viele... Von den... Sammelitems... Zum Mitnehmen. Aber wir gehen mal hier hoch. Ätherose. Gucken wir mal erst mal kurz. Da ist doch wieder eins. Gucken wir mal hier auch auf der anderen Seite. Also, die sind schon... Die Sammelitems sind schon so verteilt, dass man ein bisschen rumklettern muss. Ähm... An manchen Stellen muss man dann halt doppelt klettern. Wen haben wir denn da oben? Nebelrogel. Ah. Auf der Brust von der einen... Einen steinernden Schwestern ist eine Etherader zum Abbauen. Aber... Das werden mit Sicherheit auch wieder Stufe 2 Kristalle sein. Deswegen baue ich die jetzt nicht ab. Ich habe mittlerweile genug Stufe 3 Kristalle, ähm... Gecraftet. Und... Ich denke, dass ich erst wieder... Juwelen schmiede. Wenn ich Stufe 3... Ah, dann abbauen kann. Und dann halt dementsprechend Stufe 4... Juwelen schmieden kann. Da geht's noch weiter hoch. Aber... Sammelitem... Wieder mitnehmen. Da, linke Seite, ist auch wieder was. Gipfel der Schwestern erreicht. Rhein. Ready to go, Schilk? Ja. Aber halt ein Moment. Was ist es, Schilk? Es geht um den Monado. Ich würde mich für Ihren permissionen nutzen, um es ein bisschen länger zu benutzen. Warum fragen Sie mir? Der Monado war deine Schmiede. Aber... Ich brauche es, um meine Schmiede zu erreichen. Also... Ha ha ha. Don't sweat it. You are far more skillful at wielding that thing than I ever was. Keep it. It's yours. Besides, I have a new sword. That old coot had the decency to forge this for me. I owe it to him to make the most of it. Dumban. You fought your way this far. That is proof enough that Monado has accepted you. Don't take my word for it. Believe in yourself, Schilk. Believe in myself. Never lying down. Never giving up. That's our pride and strength as Homs. And we have to make sure those metal monsters know it. You're right. Time to move, people. This prison island, Schilk saw in his vision, isn't getting any closer. Monado hätte er eh nur Probleme. So, jetzt sind wir in der unteren Luftröhre. des Bionis. Der erste Abstecher in das Innere. What is this place? It's giving me the creeps. Hmm. At a guess I'd say we're inside the Bionis. What is it, Schilk? Oh. Nothing. It's just that It feels like the Bionis isn't really dead. Huh? Wait a minute, Schilk. If the Bionis starts moving around, things won't look good for us. Let's just keep moving. Right. Tja. Tja. Stell sich das einmal einer vor, dass Bionis auf einmal wieder erwacht. Das Innere des Bionis ist auch echt cool vom Design her. sehr abgespaced. Dritte Lunge. Ah, ganz wichtig zu wissen. Bionis hat mehrere Lungen. Äh. Äh, lol. Das war... Das war... Tja, geil. Das war damals nicht so. Dass man da durchgucken kann. Also jetzt... Ist das ja mega. Dass man von hier aus... Seht ihr dieses pulsierende Gebilde dort hinten? Das ist das Bionis Herz. Im Originalspiel konnte man da nicht durchgucken. Und da sieht man auch richtig die roten Blutkörperchen rumfliegen. Mega geil. So. Hier haben wir einen Noppern. Äh, der... Okay. Ne, weniger wichtig ist. Kommen wir jetzt da hoch. So, gleich. Gleich wird ausgeatmet. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob es ausatmen ist. Auf jeden Fall. Kamiamiha. Hui. So. So. Leider nur ein sehr kurzer Abstecher ins Innere. Obere Luftröhre. Ja, wir sind quasi in der dritten Lunge gewesen und sind durch einen Luftstoß wahrscheinlich. Ein Ausatmen oder so. Ähm. Ausgeschossen worden. E feeling. So. 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 FACE NEMESIS Your frame is complete All that remains is the soul transfer That damage... Does a weapon exist that can melt face armor? How? Lady Venea, Master Egil wishes to see you Understood Tell him I will see him when this face is complete Acknowledged I have fulfilled my duty You and only you can bring about a new age on Makonis No, the entire world My mistress, Lady Mayneth Speichern Ja, das war jetzt so das erste Anzeichen dafür Dass tatsächlich in den Gesicht meckern Personen drin sitzen Ja Die Frage ist halt nur Wer? Magna Waldweg Ja, jetzt sind wir Im Wald von Magna angekommen Ich finde das komisch Ähm Also wir müssen ja Oben zum Kopf vom Bionis, ne? Und Der Himmel hier Sieht ja nicht normal aus, ne? Der Himmel hier sieht ja eher aus wie Wasser Und tatsächlich Ist da oben Das Aerith Meer Das, ähm Ja, irgendwie Keine Ahnung, wie das da oben gehalten wird Sehr, sehr kurios Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall Durch den Wald von Magna Kämpfen Und Dann hoch zum Aerith Meer Damit wir nach oben kommen Und der riesige Baum Und Ja 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 Frau Melia, zurück zu der Nothon-Village und wir uns unterhalten diese Beste. Nein, Eizel. Du wirst mich wirklich nicht verlassen, zu gehen und zu retten, mich selbst zu retten? Vermitt uns das einmal, Frau Melia. Es ist unsere Ehre und unsere Wunschung zu retten, um uns zu retten zu retten. Nicht Angst für uns. Ich will nicht. Ich kann nicht zurück nach dem Kapitel mit diesem Monster noch stehen. Ich will nicht. Oh, gerade wieder mega Gänsehaut. Ich will nicht mehr 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 Gänsehaut. Wir haben noch eine lange Zeit, bis wir gehen. Bist du, zu gehen in diese Wunschung? Ich bin mehr Bewege von einem Brugge. Wir müssen den besten Weg suchen. Schadehaut, bis wir eine Chance finden, wir müssen mit Rhein-Stinchen. Charla? Charla? You will pay for what you've done! You will know the pain and suffering you caused the Emperor Amphiora! A silver-faced Mechon. And who was that girl? Diese Visionen zeigen mir Menschen und Pläste, die ich nie gesehen habe. Wenn ich nur herausfinde, was sie bedeutet, dann können wir sie zu unserer Vorteil nutzen. Schau mal da! Eine Rote-Bridge! Es sieht Homs-Made aus. Nicht Homs. Nopon. Doch viele haben in unsere Kolonien. Die Nopon sind in der Magna-Forest. Sie denken, dass sie die Weg zum Bionis-Header wissen? Ah, ich kann nicht sagen. Aber gehen rund um in Zirkeln wird nichts erreichen. Unser bestes Bett ist, um ihre Stadt zu suchen. Machen wir. Machen. Alt von Magna. Was ich ja echt krass finde, ist, jedes Mal, wenn einem neue Charakter inzwischen Sequenzen gezeigt werden, und dann wieder diese Vision von, also die Vision, die wir gerade eben gesehen haben, gezeigt wird, dann macht die Vision mit jedem Mal ein bisschen mehr Sinn, beziehungsweise man hat jedes Mal ein bisschen mehr Infos und es wird schlüssiger. Aber, ähm, wir haben, also, das Mädchen, was gerade von einer Telethia angegriffen wurde, das ist Melia. Die werden wir auch noch kennenlernen. Und, ja, den Mekkon haben wir gerade auch gesehen. Den Magnadierraub, die sind Level 28. Direkt eine Vision. Seetankpilze. Ja, das ist wieder ein Hinweis für eine Nebenquest. Neuer Reisepunkt Agni-Denkmal. Was haben wir denn hier schönes? Über-Katana. Gefahrenramme. Riesenschuss. Magna-Schorts. Hm. Ich glaube, wir brauchen uns nicht unbedingt was kaufen. Äh, wir werden mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Kampf was droppen. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir den Magna, Magna-D-Raub. Nein! Alter! Das Magna-D-Raub, oder ich glaube allgemein die Magna-D-Raub, sie haben Umwerfstacheln. Und ich fand gerade mega geil, oben in der Leiste wurde das angezeigt. Das sind diese lila, also diese lilaen Zacken über der Lebensleiste. Die haben gerade angezeigt, ähm, solange der Gegner umgeworfen ist, kriegen wir Stachelschaden ab. Und das ist echt mies. Das ist schon echt nice. Mega nice. Ähm, vielleicht finden wir sogar... Vielleicht kann ich euch direkt erstmal den Geheimbunk zeigen. Oder... Oder wir machen das nächste Folge. Wir laufen erstmal noch ein bisschen weiter. Magna-Lukos Level 30. Magna Level 29. Okay. Alter, voll verkackt. Danke! Direkt erstmal einschlafen, oder was? Was? Wieder widerstanden. Oh, da. Nice. Glykos Gärblut. Glykos Gärblut. Ach du Scheiße. Uiuiui. Wider... Widerstand. down plasmaropter umgeworfen nice und jetzt nein das ding hat auch umwerfstacheln ich hasse es naja komm hier auch Karnschneider wirken die Stacheln solange es ohnmächtig ist ok nice also da muss man echt aufpassen mit dem Stachelschaden da muss man echt aufpassen was man natürlich machen könnte ähm hier könnte ich sagen ok egal ach so nicht ja alles ähm Stachelschutz hier 25% weniger ja und bei den Talentbäumen hier wird auch Stachelschaden um 20% verringert bei Dunbin bei Dunbin Eiswain Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, Moment. Ich will den mit einer Angriffskette down machen. Nice. Down, down. Ah, wieder nur dünnes Blut. Schade. Da bin ich schon unterlevelt. Ey, was rennst du jetzt weg? Ja, wieder widerstanden. Was kommt da jetzt? Kombo 2. Ich glaube, den könnte ich mit dem Monado Schild. Oh, schon down. Wieder nur dünnes Blut. Magna Lycos, Level 30. Schade. Okay. Versuchen wir mal. Rot. Nochmal rot. Nochmal rot. Daneben. Alter. Die Agilität von Ryan ist halt am Arsch. Oh. Okay, nice. Was ich aber gerade interessant finde, ist, dass ich jetzt, ähm, ich glaube, bestimmt sechs Gegner Blut gemacht habe und keine richtig gute Truhe dabei gewesen ist. Also, von den Truhen, wo man Equipment-Teile rausbekommt. Finde ich gerade ein bisschen schade. Aber vielleicht kriegen wir ja noch eine. Würde ich gerne... Ei, 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 ei. Okay, hier Plasma-Rock da. Nach Möglichkeit nicht umschmeißen. Die finde ich ja echt interessant, ne? Die Plasma-Rock-Taren. Das sieht aus, als hätte der noch zusätzlich, ähm, irgendein kleines Viech mit riesen Maul auf dem Nacken sitzen. Oh. Lol. Wenn die gekillt werden, zerfallen die in zwei Teile. So, Magna-Lycos. Still dich. Okay, go. Nochmal. Fett Schaden. Wollen wir erst mal den. Schade. Hm. Oh, das ist jetzt schon eine etwas bessere Truhe. Frostschläger. Aber 340 bis 400, äh, bis 640. Oh. Der ist tatsächlich besser. Hat aber nur einen Sockel. Also. PGH. Pech gehabt. Ja, bringt halt nichts, ne? Also. Hat zwar. Bessere Werte. Und ich glaube auch damit, während ich Skills stärker von Dunbin. Aber. Ja. Ich habe lieber drei Sockel. Ich bin jetzt mit Absicht nicht um. Und da. Hey. Wer noch was? Waa? Mann, sind die riesig. Okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute.